Und wir wollen heute Abend sprechen über digitale Ethik und warum wir sie dringend brauchen. Meine Damen und Herren, there is an elephant in the room. Leider haben wir im Deutschen keine Entsprechung für dieses wunderbare englische Sprichwort. Oder wenn wir es übersetzen, klingt es jedenfalls ziemlich merkwürdig. Es steht ein Elefant im Raum. Wann sagt man das im US-amerikanischen Sprachraum? Wenn etwas absolut Offensichtliches entweder total übersehen wird oder man es nicht hinreichend adressiert. Dieser Elefant, meine Damen und Herren, ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung ändert alles. Im 19. Jahrhundert hat die Dampfmaschine die Gesellschaftsordnung radikal verändert. Im 20. Jahrhundert waren es Rechenmaschinen. Im 21. Jahrhundert sind es vernetzte Rechenmaschinen. Und Daten, meine Damen und Herren, sind der neue Dampf im 21. Jahrhundert. Die Frage ist, was macht das mit uns? Ich habe Ihnen das illustriert. Sie sehen rechts, Sie hätten wahrscheinlich gesagt, ich hätte es eigentlich abfragen müssen, was ist das? Sie hätten gesagt, es ist eine Bärentatze. Ich habe versucht zu zeichnen. Ich bin künstlerisch überschaubar kompetent. Ich erkläre es Ihnen. Die Bärentatze zeigt, was unsere Informationsgesellschaft ausmacht. Von innen nach außen. Sie sehen ganz innen einen On-Off-Button. Wir sind immer On. Das können Sie wunderbar in der S-Bahn sich anschauen. Menschen sind Always On. Und jetzt gehen wir nach außen. Schwer zu erkennen, gebe ich zu. Ein Ziffernblatt. 24-7. Wir sind wirklich ständig online. Und wir tun das. Jetzt wird es besonders schwierig. Das hätten die meisten von Ihnen nicht mehr hingekriegt. Das sind Standort-Icons ganz oben. Das kennen Sie. Ja. Ich sage ja, ich bin künstlerisch bedingt begabt. Standort-Icons. Sie kennen das von Ihrem Handy. Vom GPS-Signal. Wir kommunizieren von überall aus, überall hin. In der ganzen Welt. Die Frage ist, was macht das mit uns? Verlieren wir nicht vielleicht die Orientierung, Oliver? In der Tat. Wir müssen uns fragen, wie leben wir eigentlich in dieser Gesellschaft, wo wir 24-7-always-on sind. Und immer das Gerät, so wie ich jetzt gerade, aus der Tasche ziehen. Das heißt, wir haben hier am Institut für digitale Ethik dieses Thema digitale Medienethik für uns entwickelt und erschlossen. Und wir gehen davon aus, dass der Mensch eine wertebasierte Medienkompetenz braucht. Also Werte im Mittelpunkt, damit wir unser Handeln auch in diesen, wie du das ja dargelegt hast, sehr mediatisierten Kontexten, wo wir überall irgendetwas mit Medien machen, bewerten und auch reflektieren können. Das heißt, nachdenken können. Und das heißt, hier sehen wir als Orientierungsrahmen die Verantwortung. Wir sind auch dafür verantwortlich, was wir tun. Und das Ganze soll münden letztlich in eine Ermächtigung zum guten Leben, wie wir das eben ja auch schon gehört haben, zum gelingenden Leben, wie das die alten Griechen genannt haben. Zum gelingenden Leben in dieser digitalen Gesellschaft und mit dieser digitalen Gesellschaft. Klingt erstmal sehr abstrakt. Tobias, was heißt das konkret? Ich versuche das ein bisschen zu konkretisieren. Ashley Madison. Ich gucke schon mal. Aha, ich sehe schon. Ich sehe schon, der eine oder andere kennt es. Ashley Madison wurde gehackt. Was ist Ashley Madison? Ein, die meisten von Ihnen sollten es nicht kennen, Seitensprungportal. Das heißt, ein Portal, dessen Geschäftsmodell ist, dass man außereheliche Kontakte vermittelt. Dieses Portal ist gehackt worden von einem Team, The Impact Team. Und die Daten, also unter anderem die Namen von 32 Millionen Menschen, Usern, wurden ins Internet gespült. Waren dort also abrufbar. Übrigens auch 300.000 deutsche User. Ich schaue kurz ins Publikum. Der eine oder andere schaut ein bisschen betreten nach unten. Was hat das jetzt eigentlich mit digitaler Ethik zu tun? Wunderbar, dieser Satz. Life is short, have an affair. Mach doch. Ist nicht verboten. Ganz spannend. Die Frage, wo verorten wir das eigentlich zwischen Recht, Moral und Ethik? Man kann sich dieses Seitensprungportal zunächst mal anschauen und kann in der Tat sagen, das ist so etwas anzubieten. So eine Börse ist zunächst mal nicht verboten, jedenfalls nach deutschem Recht. Ist ein Geschäftsmodell. Ist ein Geschäftsmodell. Im Iran würde man das vielleicht anders sehen oder in Saudi-Arabien. Aber zumindest rechtlich in Ordnung. Man wird vielleicht sagen können, ist aber unmoralisch. Gucken wir uns das vielleicht mal ein bisschen von der ethischen Seite und vielleicht auch ein bisschen von der rechtlichen ein bisschen näher an. Das Seitensprungportal hat noch spezifische Features gehabt, die das Ganze noch interessanter machen. Unter anderem kam dann auch in der Öffentlichkeit heraus, dass dieses Portal mit ganz vielen Sockenpuppen agiert hat. Jetzt werden Sie sagen, Sockenpuppen? Ja, Sockenpuppen. Was sind Sockenpuppen? Fake-Identitäten. Das heißt, meistens waren es Damen, programmierte Damen, wenn Sie so wollen. Die gab es gar nicht. Und das hat man natürlich den Nutzern nicht gesagt. Man hat es interessanterweise sogar irgendwo in den AGBs verborgen, aber very small. Macht das das ganze Geschäftsmodell unethisch? Ein nächster Punkt, den man sich auch noch etwas näher anschauen muss. Diskretion gegen Cash. Man sagte, schön, dass ihr euch angemeldet habt bei unserem Seitensprungportal. Wenn ihr irgendwann nicht mehr mitmachen wollt, also Opt-out erklärt, tja, dann kostet es extra. Also Diskretion gegen Cash. Das nächste ist die Hacker-Ethik. Was eigentlich ist das, Hacker-Ethik? Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Das wäre also Hacker-Unethisch. Und interessanterweise, dieses Impact-Team hat sich damit gerechtfertigt, dass man gesagt hat, das sind doch ohnehin Betrüger, die verdienen gar keinen Schutz. Was dann passiert ist, ist ebenfalls noch ganz interessant. Public Shaming. Journalisten überall auf der Welt haben sich auf diese Datensätze gestürzt, gegoogelt in den Datensätzen, nach Prominenten, die da mitgemacht haben bei diesem Seitensprungportal. Das gibt eine super Story. Public Shaming war das Ergebnis. Und das führt zur Frage, was ist eigentlich journalistische Ethik im digitalen Kontext, Oliver? In der Tat. Also diese Fragen der journalistischen Ethik, aber auch der User-Ethik sozusagen. Was machen wir denn als Individuen mit solchen Datensätzen oder auch mit solchen Bildern, wie hier zum Beispiel aus dem letzten Sommer 2014, als die Terrororganisation Islamischer Staat ein Video der Ermordung des amerikanischen Journalisten James Foley ins Netz gestellt hat. Und viele Medien, viele Zeitungen, Fernsehsender, Websites und so weiter, Portale, haben diesen Film oder auch dieses Standbild übernommen. Manchmal gepixelt, manchmal auch nicht. Unser Original war nicht gepixelt. Frei verfügbar für jedermann. Also die Frage, die sich der Ethiker hier stellt, ist natürlich, soll man solche Bilder, solche grausamen Bilder eigentlich zeigen? Oder auch an uns selbst gestellt, sollen wir solche Bilder überhaupt betrachten, betrachten wollen? Tut uns das gut? Ist das gut für unser Leben, für ein gelingendes Leben, bei dem wir ja auch noch ruhig schlafen wollen? Und natürlich noch weiter gefragt, diese Frage, sollen wir sowas etwa in sozialen Netzwerken noch teilen, wie es ja auch millionenfach passiert ist? Natürlich teilweise auch aus Chronistenpflicht, aber dennoch sind wir ja auch an Grenzbereichen der Ethik, der Bildethik letztlich. Und was damit ja auch verbunden ist, und das wurde hier sehr deutlich, ist die Machtfrage. Die Terrororganisation hat hier eine große diskursive Macht über unser Denken und unser Fühlen ausgeübt. Und diese Machtfrage, ohne da jetzt einen allzu forcierten Übergang zu finden, finden wir aber auch in anderen Kontexten der digitalen Welt. Internet.org und Loon. Es geht um Macht. In der Informationsgesellschaft ist Wissen Macht. Das ist zunächst mal noch eine Binsenweisheit. Aber wie genau sieht das in der Informationsgesellschaft aus? Mächtig ist derjenige, der Zugang, der Access zur Information hat und mächtig ist derjenige, der Zugang vermittelt. Was Sie jetzt sehen müssen ist, dass die Weltbevölkerung zu zwei Dritteln offline ist. Das heißt, es gibt einen Digital Divide, eine digitale Kluft zwischen denen, die Informationen haben, die Zugang zum Netz haben und denen, die keinen Zugang zum Netz haben. Jetzt gibt es zwei große Player, zwei Internet-Giganten, zwei mächtige Companies, die sich anschicken, um diesen Zustand zu ändern. Internet.org von Facebook und Project Loon von Google. Beide bringen das Internet-Access in den letzten Winkel der Welt. So zumindest ihr Angebot. Facebook macht es über Drohnen in großer Höhe. Google benutzt Ballons. Sie sind also in der Lage, das Internet, so sagen sie das zumindest, das letzte Dorf Eritreas for free anzubieten. Eigentlich erst mal positiv. Ja, fantastisch. Wenn man sich das genauer anschaut, ist es natürlich kein Altruismus, der diese Unternehmen hier motiviert. Es geht ums Geld. Und das Zweite, also es geht ums Geld, weil jeder Nutzer natürlich Geld bringt. Jeder weitere Facebook-Nutzer, auch der in Eritrea ist, macht das ganze Paket natürlich wertvoller. Aber jetzt ist die Frage, welche Art von Internet kriegen denn die Menschen? Das sind natürlich nur bestimmte Informationen, bestimmte Dienste. Natürlich nur die Dienste von Facebook und nur die Dienste von Google. Und das wirft eine ethische Frage auf. Ist es besser, Menschen ein bisschen Internet, ein gefiltertes Internet zu geben, oder ist es besser, ihnen gar keins zu geben? Das ist auch die Frage von Verantwortung der Internet-Giganten. In der Tat. Tobias, du hast die Machtfrage angesprochen. Du hast eben auch schon die Ökonomisierung angesprochen. Wir alle sind ja Teil dieses Systems. Also wie leben wir eigentlich in diesem Kontext der Connectivity, wie man das nennt, die ja überall ist. Durch mehr Daten, die wir preisgeben oder auch sammeln, kommen wir dadurch zu einem besseren Leben, zu einem gelingenden Leben. Ich muss jetzt nicht fragen, wer hat alles ein Profil bei Facebook zum Beispiel. Oder wer von Ihnen trägt so ein Fitnessarmband. Und Tobias, du hast es live an. Es ist aber interessant, was man alles aus diesen Daten, die wir ja auch freiwillig preisgeben, alles rauslesen kann. Tobias, du hast dich hier mal selber analysieren lassen mit deinen ganzen Facebook-Likes, mit dem Projekt You Are What You Like von der Universität Cambridge. Was ist denn dabei rausgekommen? Ich sehe hier, du bist so mehr oder weniger halb konservativ und halb liberal. Ja, das heißt, was man hier gemacht hat, Menschen wissen nicht, was genau passiert mit meinen Daten. Ich weiß natürlich, dass, wenn ich einen Like-Button drücke bei Facebook, ich den jetzt gedrückt habe und dass diese Daten verarbeitet werden. Dass man daraus Psychogramme erstellen kann, mit denen man sagen kann, er hat das und das geliked, deswegen ist er eher ein konservativer Typ oder eher ein Liberaler. Das ist doch mal spannend. Das kann man hier über You Are What You Like letztlich für sein eigenes Profil überprüfen. Ich habe das gemacht, mein Bild, Sie sehen, da war ich noch wesentlich jünger, kurz nach der französischen Revolution war das. Und Sie sehen also hier, überwiegend bin ich ein konservativer Typ. Ja, hier, Sie sehen das? Ich habe meinen Anzug an. Und eher nicht so liberal und vor allem auch weniger künstlerisch. Das haben Sie mit der Bärentatze gesehen. Ich kann nicht zeichnen. Das heißt also, dieses Persönlichkeitsprofil, das hier von mir erstellt wurde, ist am Ende des Tages vielleicht sogar richtig. Und das könnte auch eventuell mein Chef sich anschauen. In der Tat. Also, um zu einem Abschluss zu kommen. Was bietet die digitale Ethik? Wir behaupten, sie bietet Orientierung. Wie sollen wir eigentlich mit diesen Herausforderungen umgehen? Aber wir glauben, die digitale Ethik kann nicht nur diese Orientierung für ein gelingendes Leben bieten, sondern sie kann auch eine Dialogfunktion übernehmen. Deswegen stehen wir hier im Dialog. Genau. Und das ist genau das, was wir leisten wollen. Wir wollen also einen Dialog herstellen zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik. findet viel zu selten statt. Man kann natürlich, indem man sich miteinander beschäftigt, auch sehr viel voneinander lernen. Uns geht es aber auch um den Aspekt, dass zum Beispiel User und Diensteanbieter miteinander ins Aushandeln kommen, ins Aushandeln gemeinsamer Ziele. Welche Art von Daten, welche Art von Privatheitseinstellungen sind eigentlich wünschenswert für ein gelingendes Leben? Zum Beispiel das Stichwort Privacy by Design. Nein, bisher geben sich die Hersteller, Gerätehersteller und Diensteanbieter wie Facebook und Co. allergrößte Mühe, uns die Privatheit so schwer wie möglich zu machen. Wir glauben, durch eine Verständigung darüber kann man hier zu einer besseren Situation kommen. Das heißt, wir brauchen auch einen Dialog zwischen den Kulturen. Das können Sie wunderbar bei der Privatheit sich anschauen. Es ist durch die Presse gegangen, Safe Harbor ist gekippt. Die Amerikaner haben ein anderes Verständnis von Privacy, als wir das in Europa haben. Wenn Sie im Netz kommunizieren, dann müssen Sie das allerdings überbrücken, wenn Sie weiter kommunizieren wollen. Und das, glauben wir, ist genau die Aufgabe der digitalen Ethik. Wir sammeln Ideen, verstehen uns also als Focal Point. Wir moderieren zwischen den Playern, die sich bei uns zusammentreffen, um Ideen auszutauschen. Wir moderieren und wir vermitteln. Wir wollen auch Brücken bauen zwischen den Kulturen. Jetzt haben wir, glaube ich, sehr viele Fragen aufgeworfen, aber hoffentlich eine beantwortet. Warum wir eine digitale Ethik brauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.